Am 26. Juli 2022 startet am Brandenburger Strand in Westerland der Windsurf Cup Sylt. Im Rahmen des Surfevents werden auch die deutschen Meisterschaften im Windsurfen ausgetragen. Im vergangenen Sommer konnte der Surf Cup trotz Corona-Einschränkungen stattfinden, wenn auch mit weitaus weniger Zuschauern und einem streng kontrollierten Eventgelände. Die Abläufe sind für den kommenden Sommer vom Veranstalter ähnlich geplant. Rund 50 Surferinnen und Surfer werden zum Windsurf Cup Sylt erwartet.